Hm, schlank wie ein Reh, hm? Und so hübsche dunkle Augen, wie bei einer Jüdin. Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin. Je schlimmer die Gesetze wurden gegen Juden, desto mehr spielten wir mit der Idee, unterzutauchen. Was machst du? Du bist verrückt. Mama, ich will hierbleiben. Ich will leben. Als erstes habe ich mir das gelbe Ding abgetrennt. An dem Tag begann dann meine Illegalität. Ich habe vermieden, irgendwelche Menschen ins Gesicht zu gucken. Sie möchte sie blond haben. Und vielleicht übertreibt man dann dabei. Das ist Endstation. Hier kommst du nie mehr raus. Aufmachen! Es ist nicht gut, mehr zu wissen, als unbedingt notwendig. Es gibt nur wenige Menschen, die schweigen können, wenn man in den Finger zwischen einem Türspalt klemmt und die Tür zuschlägt. Ich hab doch gar nichts gesagt! Und warum fragt mich da Metzger dann, ob wir einen jüdischen Jungen bei uns versteckt haben? Ihre Arbeit ist von größter Wichtigkeit. Ist die Oma? Wir kennen uns doch. Mutter hat erzählt, dass der Lef die Gestapo spitzelt. Äh, äh, Lewinsky bist du's? Wo ist der? Vielleicht haben die ihn. Wenn ich in zwei Stunden nicht zurück bin, dann... Wir müssen Flugblätter machen! Es geht hier um Leben und Tod. Mama, von welchem Onkel ist Eugen der Sohn? Jetzt mach deine Hausaufgaben weit. Die Böden Nachricht Insemester Insemester